Das Video, was dazu kommt, sehen Sie jetzt. Wir haben hier eine Demo vorbereitet, wo wir das GSM-Kit angeschlossen haben. Sie sehen dann auf der linken Seite den Monitor, der mit dem Kit auf der linken Seite verbunden ist. Wir verwenden hier ausschließlich für diese Demo das Master-Kit auf der linken unteren Seite. Das rechte der Empfänger ist hier nicht angeschlossen. Wir nehmen jetzt die Initialisierung der Kits vor. Vorab zeigen wir Ihnen noch die Nachricht, die wir dann auf dem Ranger EDK sehen werden bzw. die wir übertragen werden. Ranger Webinar 2012. Wir beginnen bei dieser Demo mit der Initialisierung. Das heißt, wir werden zuerst eine Verbindung herstellen. Die Verbindung von UART zu GSM, das Routing. Das wird über den in der Mitte angezeigten Befehl durchgeführt. Wenn diese Verbindung, wie sehen Sie, wie wir diesen Befehl übertragen und dann abschicken werden. Da wird mit einem OK bestätigt. Damit ist dann die Verbindung hergestellt. Wir nehmen jetzt die Konfiguration des GSM-Moduls über AT-Kommandos vor. Wir haben verschiedenste AT-Kommandos, die wir vorab eingeben. Das erste AT-Kommando bezieht sich auf die Abfrage nach dem PIN. Ist ein PIN notwendig? Die PIN-Abfrage erfolgt dann jetzt. Im nächsten AT-Kommando fragen wir nach der erfolgreichen Registrierung in das Netzwerk. Die Registrierung war erfolgreich. Das nächste AT-Kommando zeigt uns den Netzwerkbetreiber an. Hier sehen Sie dann, dass wir uns in dem O2-Netz befinden. Wir gehen jetzt in den Textmodus, um unsere Nachricht zu schreiben. Wir fragen jetzt nach dem Vorhandensein eventueller noch nicht gelesener Nachrichten. Dieser Befehl zeigt uns dann, dass wir keine noch nicht gelesene Nachrichten haben. Das heißt, der Nachrichtenspeicher ist in jedem Fall leer. Und wir werden jetzt, hier sehen Sie nochmal die Bestätigung, dass keine ungelesenen Nachrichten vorliegen. Wir werden dann im Anschluss die Textnachricht von unserem Smartphone verschicken. Und diese Textnachricht kommt dann auf unserem Terminal an. Wir prüfen jetzt nochmal, ob ungelesene Nachrichten vorliegen. Und in dem Fall ist diese SMS noch nicht gelesen worden. Insofern sehen wir jetzt auf dem Monitor dann die eingegangene Nachricht mit der Textzeile, wie wir sie auch verschickt haben. Ranger Webinar 2012 Die zweite Applikation, die wir Ihnen zeigen werden, ist, dass wir die Initialisierung über ein Android-Phone über die Bluetooth-Schnittstelle durchführen. Das heißt, wir werden einen Befehl UART Bluetooth absetzen. Damit installieren wir das Routing zwischen Bluetooth und der UART-Schnittstelle. Wir verbinden das Smartphone über den Master und werden vom Smartphone aus Kommandos absetzen, die dann auch auf dem Terminal 1 dargestellt werden. Im zweiten Abschnitt dieser Demo unterbrechen wir die UART-Verbindung, die Bluetooth-UART-Verbindung, lassen aber die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Smartphone und dem Master aktiv und definieren die Verbindung oder installieren die Verbindung zwischen dem Master und dem Slave, beziehungsweise in dem Fall dem Coordinator und dem Endpunkt über ZigBee und haben von dem Endpunkt aus dann eine UART-Verbindung zum Terminal 2 und werden dann Kommandos, die auf dem Android-Telefon abgesetzt werden, über Bluetooth, über die ZigBee-Schnittstelle, dann auf dem Terminal 2 anzeigen. Hierzu haben wir auch noch ein Video vorbereitet. Hierbei handelt es sich, wie gesagt, um die erste Installation des Routings, zwischen dem Smartphone und dem Bluetooth-Empfänger auf dem Masterboard. Danach werden wir das Routing UART zu ZigBee zeigen und dann nochmal das Bluetooth zu ZigBee. Hier sehen Sie das Setup. In dem Fall werden wir jetzt das zweite Board auch mit in Betrieb nehmen. Für den ersten Teil dieser Präsentation konzentrieren wir uns aber nur auf das Master-Device. Am Bildschirm sehen Sie links die COM14-Anzeige mit dem Masterboard verbunden und auf der rechten Seite den Slave mit dem COM10. Wir werden jetzt über unser Smartphone die Bluetooth-Informationen schicken. Dadurch verwenden wir das Bluetooth-Serial-Port-Profile und werden dann über den Befehl UART Bluetooth die Daten auf unserem Terminal 1 darstellen. Wir haben jetzt einen etwas genaueren Blick auf unser Terminal 1 Fenster. Wir initialisieren nun das Routing zwischen Bluetooth und UART. Mit einem OK wird uns die Verbindung bestätigt. Wir haben jetzt erfolgreich die Verbindung zwischen Bluetooth und UART hergestellt und werden jetzt die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Telefon und unserem Master herstellen. Diese Verbindung erfolgt dann über das Profil SPP. Wir verbinden jetzt das Bluetooth-Telefon, das Smartphone mit unserem Bluetooth-Master. Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt und wir haben jetzt die Möglichkeit, Tastendrücke, in dem Fall wäre es zum Beispiel eine Steuerung eines Lichtelementes oder auch eines Summers, die einzelnen Tastendrücke von unserem Smartphone über die Bluetooth-Schnittstelle am Terminal anzeigen zu lassen. Was wir im zweiten Schritt durchführen werden, ist, wir unterbrechen die Verbindung zwischen Bluetooth und UART. Wir verbinden in dem Fall den Master mit dem Slave, also wie gesagt den Koordinator, weil wir über Zigbee jetzt dann auch kommunizieren, mit dem Endpunkt. Das heißt, die Verbindung wird unterbrochen. Wichtig ist, dass die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Telefon und dem Bluetooth-Master weiterhin besteht. Wir stellen jetzt das Routing zwischen Bluetooth und Zigbee her. Auch dieses Routing wird uns am Monitor bestätigt. Im nächsten Schritt nehmen wir dann den Endpunkt in Betrieb. Wir erstellen jetzt das Routing für den Endpunkt zwischen UART und Zigbee. In dem Fall haben wir jetzt zwischen beiden Boards eine Verbindung über Zigbee hergestellt und haben auch von Zigbee aus das Routing über die UART hergestellt. Wie erwähnt, es ist immer noch die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Telefon und dem Master aktiv und wir können jetzt, ähnlich wie im ersten Teil der Demo, über die Tastendrücke auf dem Smartphone, über Bluetooth, über die Zigbee-Schnittstelle diese Daten über unseren Endpunkt auch anzeigen lassen. Das heißt, hier haben Sie also ein klassisches Routing der Daten von Bluetooth zu Zigbee. Kommen wir jetzt zu der Preisgestaltung der Ranger Embedded Development Kits. Das Kit besteht aus zwei Basisboards, dem GSM-Alternativ dem WLAN-Board. Die Kits liegen bei jeweils 499 Euro. Basisboards als Einzelvariante, um zum Beispiel eine Sterntopologie aufbauen zu können, um mehrere Bluetooth-Slaves anschließen zu können oder in einem Zigbee-Mesh-Networks mehrere Endpunkte anschließen zu können. Dafür bieten wir die Basisboards auch einzeln an. Sie können die Add-on-Karte, die GSM-Add-on-Karte als auch die WLAN-Karte einzeln bekommen. Und auf Anfrage bieten wir Ihnen auch gerne die M2M-Pakete an, die mit diesem Kit zusammenkommen. Wie gesagt, hier gibt es ein weites Angebot an Herstellern, an Netzwerkbetreibern, die wir Ihnen anbieten können. Und selbstverständlich auch bezüglich der Engineering-Dienstleistungen haben wir die Möglichkeit, auf Anfrage Ihnen dann auch ein entsprechendes Angebot unterbreiten zu können, wenn es da in den Bereich Embedded hineingeht. Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, per E-Mail oder auch telefonisch. Sie können sich aber auch gerne an unsere... Sie können sich aber auch gerne an unsere... Vielen Dank.